Der Zweite Weltkrieg, der Vormarsch der Nazis und ihre barbarischen Ziele brachten mehr als 500.000 Juden in den arabischen Ländern Nordafrikas in tödliche Gefahr. Hier ist es. Das ist das einzige Holocaust-Denkmal in ganz Nordafrika. Hier ist eine Gruppe von tunesischen Juden, die nach Europa deportiert und dann ermordet wurden. Hier sind Joseph Simler und seine beiden Söhne Gilbert und Jean. Spurensuche in Frankreich. Im Herzen von Paris trifft Robert Zettlauff einen Mann, dessen Familie die Tragödie der Juden im französischen Nordafrika hautnah miterlebt hat. Das ist mein Großvater, Joseph Simler. Da ist er 54. Das ist kurz bevor er verhaftet wurde, in Tunis. Das ist mein Vater, Gilbert. Gilbert Simler war Kadett in der berühmtesten Militärakademie Frankreichs, der École Polytechnique. Als Deutschland 1940 Frankreich überfiel, kämpfte Gilbert tapfer an der Front. Doch der Feldzug Hitlers geriet zum Blitzkrieg. Unter der Führung von Generälen wie Erwin Rommel rückten die deutschen Panzerkolonnen in bislang unbekannter Schnelligkeit vor. Für Frankreichs Juden verschlechterte sich die Situation von Tag zu Tag. Die französischen Kollaborateure unter Marshal Pétain waren ebenso antisemitisch wie Hitlers Nationalsozialisten. Die gesamte Palette der antisemitischen Ressentiments gegenüber Juden in Deutschland wurde von Vichy Frankreich nachgeahmt. Juden wurden vom öffentlichen Leben in Frankreich ausgeschlossen. Frankreich war für Juden nun nicht mehr sicher. Als mein Vater nach Tunesien zu seiner Familie zurückkehrte, war das vor allem um zu arbeiten. Und auch um den Gesetzen zu entgehen, die die französische Regierung durchgesetzt hatte. Den anti-jüdischen Gesetzen, den Vichy-Gesetzen. Doch auch die Juden im französischen Nordafrika waren jetzt nicht mehr sicher. Da waren überall Fotos von Pétain. Und natürlich der faschistische Gruß und alles, was dazu gehörte. In diesem Zeitungsarchiv in Rabat ist die antisemitische Menschenverachtung des Vichy-Regimes in Nordafrika dokumentiert. Jüdische Geschäfte wurden enteignet. Juden durften ihre Berufe nicht mehr ausüben. Tausende jüdischer Kinder wurden aus den Schulen verbannt. Denen, die Franzosen waren, wurde die französische Staatsbürgerschaft aberkannt. Es war eben genau dasselbe Regime wie in Frankreich unter Vichy. Auch Gilbert Semmlers jüngerer Bruder Jean wurde Opfer der anti-jüdischen Gesetze von Vichy. Er wurde gezwungen, das Gymnasium zu verlassen. Inzwischen lebten die Juden in Nordafrika genauso gefährlich wie die europäischen Juden. In Marokko und Algerien errichteten die Vichy-Franzosen Dutzende von Arbeitslagern. Heute sind fast alle Überreste dieser Lager verschwunden. Wenige Spuren davon findet man hier im marokkanischen Tentrara. Verfallene Baracken als Mahnmal des Schreckens. Hier sehen wir eins von einem ganzen Netz von Lagern entlang einer Linie durch die gesamte Nord-Sahara. Die ganze Strecke von Marokko bis nach Algerien. Die Insassen waren hauptsächlich Juden aus Mitteleuropa, die vor den Nazis in Frankreich Zuflucht gesucht hatten und die dann hierher deportiert wurden. Propagandafilme des französischen Vichy-Regimes zeigen Zwangsarbeiter, die eine Eisenbahnstrecke durch die Sahara bauen. Die meisten von ihnen waren aus politischen Gründen inhaftiert. Ungefähr ein Drittel wegen des Verbrechens Jude zu sein. Zwei Stunden von der Stadt Bergent entfernt finden sich weitere Spuren des Schreckens. Die Internierten nannten diesen Ort Buchenwald in der Sahara. Das ist der Bahnhof. Nicht weit von hier liegt das Arbeitslager. Die Juden bauten diese Eisenbahnstrecke zusammen mit anderen Zwangsarbeitern. Das wissen wir von polnisch-jüdischen Überlebenden, die nach ihrer Befreiung mit dem britischen Geheimdienst gesprochen haben. Nach Aussage eines Überlebenden begrüßte sie der Lagerkommandant mit den Worten Ihr seid alle zum Sterben hierher gekommen. Ihr seid der Abschaum Europas. Ich sorge dafür, dass ihr hier alle sterbt. Und was ich mache, mache ich richtig. Es gab viele Möglichkeiten zu sterben. Du bekamst die Ruhe oder Malaria. Oder du verdurstest oder verhungerst. Oder wirst von einer Schlange gebissen und in einer Stunde bist du tot. Mein bester Freund musste sein eigenes Grab ausheben und dort den ganzen Tag lang ungeschützt liegen. Zuerst haben sie ihm ein Auge kaputtgeschlagen und dann, dann brachen sie ihm die Arme. Und nach einigen Tagen starb er dann. 1942 wurde Tunesien als einziges arabisches Land unmittelbar von Deutschland besetzt. Die Wehrmachtsoldaten zogen vom alten Carthago in die moderne Innenstadt von Tunis. Die jüdische Gemeinde geriet immer mehr in Bedrängnis. Im damaligen Hotel Majestic war das Hauptquartier der SS untergebracht, die unter dem Kommando von Obersturmbahnführer Walter Rauf stand. Walter Rauf ist einer der Erfinder der mobilen Gaswagen, die zunächst in Osteuropa zum Einsatz kamen. Er hat aber tausende von Juden umgebracht. Rauf befahl, dass sich 2000 jüdische Männer zur Zwangsarbeit an dieser Straßenbahnhaltestelle einzufinden hätten. Doch der jüdischen Gemeinde war es nicht möglich, die geforderten Zwangsarbeiter so schnell zu stellen. Deshalb ließ Rauf am 9. Dezember 1942 die Hauptsynagoge stürmen und die Betenden in ein Lager deportieren. Robert Zetloff ist zurück in Paris. Hier trifft er Juden, die den Holocaust in Tunesien überlebt haben. Sie klebten Plakate an die Synagoge, auf denen sie Sklavenarbeiter verlangten. 500 Personen. Die Arbeiter wurden alle gezwungen, den gelben Stern mit der Aufschrift Jude zu tragen. Sie nahmen Kinder im Alter von 10 bis 12, die schon kräftig waren. Ich war damals 10. Ich war jung. Ich konnte arbeiten. Da durfte man nicht trödeln. Man musste sehr schnell arbeiten. Und wenn wir zu langsam waren, schlugen sie uns mit ihren Gewehrkolben. Selbst bei der Bombardierung von Tunis mussten die Juden weiterarbeiten. Für viele ein Todesurteil. Mehr als einer von uns war draußen, als die Luftangriffe begannen. Und als die Bomben einschlugen, wurden sie getötet. In Paris will Robert Zetloff mehr darüber erfahren, wie die Araber mit ihren jüdischen Nachbarn umgegangen sind. Wie die meisten Nichtjuden in Europa reagierte auch die Mehrheit der Araber gleichgültig auf die Verfolgung ihrer jüdischen Landsleute. Die meisten hatten selbst unter den kriegsbedingten Entbehrungen zu leiden. Doch es gab auch offenen Hass. Sie sagten zu uns, ihr seid schuld. Daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Euch Juden werden wir alle die Kiele durchschneiden. Und dann haben sie sich ein Lied auf Arabisch ausgedacht. Das ging so. Schwingen deinen Spaten, Shalom. Shalom, damit sind die Juden gemeint. Einige Araber traten sogar der deutschen Wehrmacht bei. Andere meldeten sich freiwillig als Aufseher für die Arbeitslager, in denen Juden interniert waren. Auf der Suche nach Überlebenden der Lager stößt Robert Zetloff in Paris zufällig auf einen Mann, der weiteraufs SS-Truppen entkommen konnte. Ein arabischer Nachbar hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt, um Joseph Naqaschs Leben zu retten. Neben unserem Wohnhaus lebte ein Araber. Er hieß Abdul Jalil. Er hatte ein Hammam, ein Dampfbad. Er hat mir gesagt, dass ich zu ihm kommen solle, falls die Deutschen auftauchen würden. Er war freundlich zu uns. Haben Sie Abdul Jalil dafür Geld bezahlt? Nein, nichts. Einfach so? Einfach so, aus reiner Güter. Während der deutschen Besatzung lebte Joseph Naqasch in diesem Arbeiterviertel von Tunis. Viele Steinmetze haben hier ihre Werkstatt. Das arabische Wort für Steinmetz oder Marmorschleifer lautet Naqasch. Für jemanden, der von Ereignissen sprach, die vor 60 Jahren passiert sind, konnte sich Joseph Naqasch an sehr viele Einzelheiten erinnern. Und so ging ich der Sache auf den Grund. Gibt es eine Gasse Naqasch? Ist das da vorn an der Straße? Hier ist sie, Zanga Naqasch. Das ist also die Straße Naqasch. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Ich suche das Haus, das früher das Haus der Familie Naqasch war. Das ist von den Naqaschs. Danke. Gibt es hier in der Nähe ein Dampfbad? Ja, in diese Richtung. In welcher Straße? Da drüben, rechts. Hier nach rechts. Vielen Dank, Madame. Ich habe sein Haus gefunden. Ich habe das Dampfbad gefunden. Guten Morgen. Guten Morgen, gepriesen sei Gott. Ist dies das Hammam von Herrn Abdul Jalil? Ganz genau. Wirklich? Ja. Und wer sind Sie? Ich bin sein Sohn. Der Sohn von Herrn Abdul Jalil? Ja, der Sohn von Herrn Abdul Jalil. Und nun haben wir sogar den Sohn des Hammam-Besitzers gefunden. Und der Sohn des Hammam-Besitzers erklärt uns, was sein Vater für ein Mensch gewesen ist. Ist das ein Foto von Ihrem Vater? Ja, das ist er. Hamza Abdul Jalil, mein Vater. Können Sie sich an die Familie Nakash erinnern? Ja. Oder den Namen Nakash? Ich habe davon gehört. Wirklich? Ja. Warum glauben Sie, hat Ihr Vater Herrn Nakash hier versteckt? Er hat Herrn Nakash versteckt, weil Muslime und Israeliten oder Juden, wie sie es sagen, fast wie Brüder waren. Wie Brüder. Zwar hatte jeder seine eigene Religion, aber wir lebten trotzdem wie Brüder. Das ist wunderbar. Für uns ist das eine Ehre. Eine Ehre. Wunderbar. Ja, ob Jude, Christ oder Muslim, wir sind doch alle Menschen. Ja. Das ist ein Akt von Menschlichkeit. Wissen Sie, es gibt überall gute Menschen auf der ganzen Welt. Man kann nicht sagen, dass alle Menschen schlecht sind. Es gibt viele Leute, die gut, die menschlich sind. Schon bald findet Robert Zeitlauf heraus, dass Joseph Nakashs Geschichte kein Einzelfall ist. In Marokko steht das Mausoleum von König Mohammed V. Im Inneren zitieren Imame viele Stunden täglich aus dem Koran. Der König widersetzte sich dem Vichy-Regime. Er erklärte, in seinem Land gäbe es keine Juden oder Araber. In seinem Königreich gäbe es nur marokkanische Untertanen. André Azoulay war am Hofe der beiden letzten marokkanischen Könige ein ranghoher Beamter. Er sagte nein, nein zu den Gesetzen des Vichy-Staates. Jetzt? Nein.